Da habe ich den nicht erwischt, aber warum hackt man in One in the Quiver? Ich meine, das ist jetzt kein Modus, wo man unbedingt hacken müsste, um was zu reißen. Äh, Leute, willkommen zu einer Runde. One in the Quiver heute wieder. Ich bin jetzt gerade in einer leichten Vorproduktion. Ich sage extra leichte. Ähm, das hat den Grund, weil ich ja nicht lange weg bin. Oh, Alter, was war das? Das ist, ich bin ja, ich produziere vor für... Freitag und Samstag bin ich nicht da. Genau, da bin ich auf den Video Days. Ich bin dann auf den Video Days und ich werde mir, bringe ich es jetzt zwischendrin mal wieder in der Runde One in the Quiver. Vom Quiver. Ja, ich bin mittlerweile ein bisschen besser mit dem Bogen geworden. Wow. Oh, da hat mir noch was erwischt. Ne, ich bin mittlerweile mit dem Bogen so ein besseren, cooler drauf. Weil ich es kann... Nein, okay. Ich dachte, da springt wieder einer mit diesem... Doppel-Shit. Da oben war auch einer. Shit. Na gut, der ging daneben. Vielleicht haben wir es ja dann irgendwann in einem Nahkampf zu holen. Dann wären wir ihn da. Wow. Was hat mich erwischt? Was hat mich gekillt? Muss ich das verstehen? Irgendwas hat mich einfach gekillt. Ich bin einfach umgefallen. Plopp. Plopp. Tot. So war das. So und nicht anders. Nein. Aus. Der wollte von hinten kommen. Shit. Okay. Da ging mein Fall daneben. Aber noch sind wir auf Platz 1. Wir sind noch gut dabei. Hä? Der hat uns den Bogen nicht mal gespannt. Shit. Ich finde es immer lustig, wenn die Leute ihren Bogen so spannen. Also der gespannt ist, aber man das nicht sieht. Und dann schießen sie einfach und du bist tot. Dann hieß ich so, okay, what? Turn down. Turn down for what? Da habe ich einfach mal gewartet. So, damit der Kill sicher ist. Dann wartet man da ein bisschen. Ah. Genau dann dachte ich, genau dann bleibt er stehen. Weißt du, wenn ich schieße. Der Typ ist nicht clean. Der eine Typ hackt. Ganz klar. Dieser schwarze da. Der mit dem schwarzen Skin. Dieser schwarze. Der mit dem schwarzen Skin, der hackt. So wie der schlägt. Das ist ja ein Abnormal. Und da haben wir auch schon gewonnen. Erste Runde direkt am Schlüssel. Direkt gewonnen, Leute. Wir machen gleich noch eine weitere Runde. Natürlich. Zweite Runde. Zweites Glück. Mal sehen. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Mist. Okay, Moment. Das ging andeutig zu weit. Oh Mann. Der Hacker ist noch da. Das ist so nervig, ey. Der hackt ein Stück Wichs, Wichs, Alter. Oh, Leute. Wie ich das hasse. Mann, mich regt das gerade so rauf. Der Hacker. Shit. Da hab ich den nicht erwischt. Aber warum hackt man ein One in the Quiver? Ich meine, das ist jetzt kein Modus, wo man unbedingt hacken müsste, um was zu reißen. Alter, lauf doch mal dann los, wenn ich mir auch denke. Ja, komm mal runter. Ich hör, ich geb dich. Naja, den Pfeil behalte ich jetzt. Ich will jetzt nicht wieder meinen Pfeil verschwenden. Für nothing. Du bestellst der Hacker auf Platz 1 gerade. Ich hab den Kinn nicht bekommen. Was? What? Turn down for what? Oh. Ich bin einfach mal gestorben. Yolo. Ah, wie ich diesen Typen hasse, der hackt. Dieser Nolan ist das, ne? Nolan Conrad. Was hast du für Geräusche? Waren was gekillt? Please. Ich bin tot. Ah, ne. Ah, ne. Ah, ne. Shit, shit, shit. Hab's gesagt, ich bin eigentlich Nolan Conrad, Alter. Ach, bin gestorben. Haha. Ich bin tot. Ach, Nolan, du Hecker. So, nächste Runde. Ich hoffe, diesmal ohne Hacker. Oh, mich. Das ist so nervig, wenn da Leute ernsthaft meinen, bei sowas wie One in the Quiver hacken zu müssen. Mit Kill-Aura oder was weiß ich. Das ist schon, es ist leicht lächerlich. Kann man sagen. Also, ich find das, ich find das echt. Muss nicht sein. Bam. In your face. Ich hab mich aber auch noch erwischt. Haha, da hat der Rumgehopster an dir auch nichts. Da ist ja Sackgasse gebracht. Ich kenn die Map grad nicht. Shit. Da hab ich zu spiel reagiert. Geh mir jetzt ein bisschen lang, Mann. Ich geh mal hier auf den Hopplatz. Boah, ich bin dumm. So, den haben wir erwischt. Boah, Alter. War jetzt kurz konzentriert. Aber das haben wir geschafft. Zu überleben. Wir gehen jetzt ein bisschen lang, Mann. Ich, ich, ich. Ich hasse es, wenn ich die Map nicht kenne. Ah. Das war so ein Faison-Skin. Nein, okay. Keine Ahnung, was das war. Bam. Im Laufen eine gegeben. Alter, wie hat der eine denn bitte 15 Kills? Wie hat der Putt bitte 15 Kills schon? Mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, komm. Das ist doch nicht real, Alter. In your face, Mann. Ach, komm, Alter. Also, manche Spieler sind mir hier echt nicht clean irgendwie. Die sind mega suspekt. Keine Ahnung. Ah, die anderen haben auch Hex geschrieben. Aber, hm. Ich finde es manchmal echt komisch, was hier so abgeht. Ach, komm. Direkt den Anfang verkackt. Weil der Typ da irgendwie, was weiß ich, die Leute da irgendwelche Häuser kämmen. Oh, ich bin dumm. Ach, Leute. Das ist ein schlechter Anfang. Da macht jetzt schon wieder keinen Spaß. Ey, GG, ey. Geh weg. Oh, wir haben 5 Kills. Wir haben 5 Kills. Ey, das war mega gut von mir. Ah, da musst du mich konzentrieren. Shit. Nein, nicht mit mir. Komm her, komm her, komm her. Bam. Ey, die Runde ist schon wieder besser. Und gewonnen. Yes. Mann, das war schon eine bessere Runde. Da musste ich mich zwar konzentrieren, aber die war schon besser. Nächste Runde, neues Glück. Jetzt haben welche gemeint, ich will hacken. Naja, okay, die Anreift hat gesagt. Nein, der hackt nicht. Der hat normal gespielt. Die die Ahnung kamen. Sei mal so. Au, das war's. Au, das war knapp daneben. Aber das ist leider auch vorbei. Au, mein Gott. Ich muss mal One in the Shemba sonst immer wieder spielen. Das ist auch cool. One in the Shemba. Habt ihr die Montage gesehen vom Stegi? Von One in the Shemba. 300k Special. Die mochte ich. Ne, die war wirklich cool. Die fand ich wirklich, wirklich cool. Kann ich nochmal sagen. Kann ich euch nur weiterempfehlen, da mal vorbeizugucken. Oh, der war daneben. Shit. Das wäre vielleicht wieder ein Pfeil. Wir haben wieder neuen Kills. Shit. Wäre der weitergelaufen? Ich denke, der hätte der Pfeil getroffen. Shit. Yes. Und ihn rein. Oh. Das war dumm. Okay. Der Pfeil hat noch getroffen. Immerhin. Ach, der hat nicht getroffen. Verdammt. Komm her. Ein Kill. Ein Kill. Gebe ich. Oh. Alter, wir sind ja richtig vorne. Bäm. 100km Entfernung. Erstmal den letzten Schuss gegeben. Oh, nice. GG. Ah. Kann ich mich schreiben. Good game. Ich würde sagen, das ist die letzte Runde. Wah. Letzte Runde. Ich bin ein Konder. Okay, nein. Wirklich letzte Runde. Würde ich sagen. In your face. In your face. In your face. Okay. Das war. Schade. Ich wollte. No. Fix. Wow. Das war dumm. Ich wollte doch hier jetzt MLG Scopes machen. Ja. Wurde nichts draus. Macht mich wieder traurig. Abstaub. Abstaub. Yes. Bäm. 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 Ersteck fest. Okay. Ich kann mich wieder bewegen. Was ist los? Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Gut. Fuck. Ich hätte hochgucken müssen. Ich schalte mich auf den Dächer an und nicht so. YOLO. Juckt mich nicht. War da einer unsichtbar oder so? Das war ja mega. Wow. Junge. Das sind die Jumper Kids. Die da so. Und hin und her springen. Schnell hoch. Okay. Shitty. Shitty. Okay. Er war frackt. Damn it. Der wollte einen noch snacken. Oh. Wir haben ihn auch noch erwischt. YOLO. YOLO. Kapolo. Fuck. Hinter mir. Ah. Man konzentriert sich da so richtig bei. Wenn man da am Schießen ist und dann überlegen muss. Oh. Wie mache ich das jetzt? Da ist man schon echt am Überlegen immer so. Verdammt. Das war voll daneben. Wow. Wir haben die Rune auch noch gewonnen. Das war One in the Quiver. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Eine Bewertung würde mich freuen, wenn ihr vielleicht mehr sehen wollt von One in the Quiver. Wir sind ja gut dabei. Noch ein gut Game. Und bis zur nächsten Folge. Töterlö.